Sonntag, der 17. Juli 2016 ist Leidls und draußen ist so kalt wie im Spätherbst. Und so schwadenartig Zürntier, flügge die Wolken übers Land, der Nebel streicht ein und aus, es regent in einer Natur. Herrlich! Ja, okay, halts mich für wahnsinnig, aber in meiner Wohnung ist es so schön, mündlich, lauwarm, Zimmertemperatur ohne irgendwelche Modifikationen, kein Schwein schwitzt. Fantastisch! Ich find's gut, ich war nie ein Sommerfanatiker, ich gestehe. Was ich allerdings einmal war, ist ein Gabriel-Night-Fan und das Spiel da, das man da vor den Ausnahmen arbeitet, hart dran, die Tatsache zu revidieren. Ne, nach wie vor, auch wenn's schon langsam nervt, ach, das Pantomimen-Rätsel, ach, aber egal. Jetzt mittlerweile sind wir ja eh schon auf einige Sachen draufgekommen. Und nun, ja nun wollen wir eigentlich die Voodoo-Files aus dem Büro auserschmuggeln und das machen wir jetzt so. Don't touch. Schau, wenn der muss da drauf. Okay, das hat schon was gebraucht. Und dann... Machen wir das von draußen mit den Files. Nämlich über das Fenster. Nämlich über das Fenster. Na gut, gehen wir's halt zurück. Undone. Ja, danke. Wo liegen die jetzt? Wo sind die Dinger jetzt? Ich seh's nicht. Ich seh's nicht. Wo sind die Dinger jetzt? Ich seh's nicht. Wenn Gabriel mit Moseley zu sprechen will, kann er ihn durch die Vorderseite gehen. Gut, bitte. Gehen wir durch die Vorderseite. Müssen wir noch ein bisschen was tun, dass der Moseley sich erschleicht? Was zum Moseley darf ich zumindest mal durch ohne irgendwelche Schikanen? Hey Moseley! 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 Er kann es selbst tun. Identity theft? Das ist Peneder, Mr. Moseley. Ich denke, dass ich nur dieses Badge benutze. Hey, hey! Was machst du mit meinem Coat? Nichts. Ich dachte, dass ich etwas auf dem Wasser sah. Just drink this. Dankeschön. Ich meine es. Okay, noch etwas? Eigentlich Fotos. Ich habe die Fotos, die du für mich hast. Ja. Nein. Ich denke, dass wir alles, was wir brauchen. Okay, aber du... Ja, 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 ja. Exit. Exit! Ach so. Ach so. Schreispierhand wie nichts. Haha, Gott. Well, I'll be seeing you. Have a good one. And twice on Sundays. So wie heute. Da legen die Fails wieder. Ähm, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Die Franks zum Kopierer schicken und dann die... Die denken, naja, das wird auch nicht viel bringen, ne? Probieren wir es einmal her. Entschuldigung, Officer? Ja? Ja? Are you sure I can't make a copy of this file? I'm real sure. Could you get me some coffee? Are you speaking to me? Why, yes. Wow, Deja, lieber to Beaver. I'm the police photographer, sir. You might be able to find someone around here dumb enough to get coffee for you, but it won't be me. Oh, thanks anyway. I can give you precise instructions for the handling of hot liquids if you need them. No thanks. Was? What? Wie kriegen das hier? Ah, never mind. Fine, I'll get back to work. Das Buch der Zukunft, das uns das Spielverratstunden im Vorführt. Gib mir ein hint. Gettin Mösel ist Patsch und der Patsch und der Polizei auf der Polizei. Keine Entschluss zu mir... Ha, 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 ha. Unglaublich. Get Mösel ist Patsch und der Patsch und der Polizei auf der Polizei auf der Polizei auf der Polizei. Ihr wies. Let me see that file again. That file stays in this room. The bulletin board is littered with everything from wanted posters to flyers. Oh my god. Okay. What's the same here? Und da muss man nicht weitergehen. Wir bringen das Platt in der Foto aus wie Lueu. Mirra Die Kamera Isn't Gabriel's to mess with Er war Franks Oder wie? Was kommt mit dem Franks zu hin? Oh Gott Das scheint nicht zu funktionieren Ja geh halt einen Schritt für die Dumpf Dödel Nein, tu das nicht Puh Files Wieso kann ich den Scheiß nicht abzeichnen? Moment Moment Aha 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 Ich bring's nicht mal ins Büro hinein Der Fotokopierer Bierer Ich möchte eigentlich nur Ich möchte eigentlich nur Was? Gabriel is carrying Mosley's badge The badge says Nolens police department and detective Franklin Mosley Spiel Spiel einschlagen Mirra, Mirra Mirra, Mirra Mirra, Mirra On the wall Who's Oh, never mind I already know Was? Was tue ich nur mit der Tante Wie krieg ich nur Wozu habe ich die badge geklaut? Warum 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 habe ich die badge geklaut? Ich weiß nicht Ich weiß es nicht Und ich bring die Files auch nicht raus Was habe ich denn sonst noch für Für Leads Für Leads Ja wurscht Gehen wir halt einmal Ich hab keine Ahnung wie ich das Zeug da rausgekrieg Dementsprechend tue ich jetzt auch was anderes Ja, thanks Mein Plan war eigentlich mit dem Ding durchs Fenster aufzuhauen Weil da Mosley das Fenster aufmachen Und sich dann irgendwann nochmal schleicht Dass ich dann mit die mit die mit die Akten davon rennen kann Aber Das war wohl nix Die Gettemenschen Na, ich will zuerst Das heißt Bookstore Am Anfang Ob die Ob die Claire Dann wirst du Hello beautiful It's me Not Claire Hm Ja Die Grace Irgendwas außergefunden hat Either way Request research Could you do some research for me? Sure, what? Cazenow Keine Ahnung Keine Ahnung Keine Ahnung Bistow Madame Cazenow Is she related to the murderers The same way your friend Molly Agedi was? What? Reis Cazenow Cazenow Do you know anything about Marie Laveau? Do you know anything about Marie Laveau? Wasn't she a big voodoo queen before the civil war? Before the civil war? That's right I know, I know Sometimes You've just heard everything I know about her Um What's this with animal masks? Do you know anything about animal masks? I'd rather not hear about your sex life night What can you tell me about St. John's Eve? St. John's Eve? Never heard of it Must be a local custom New All-Linians love to party Let's see Let's see Let's see Let's see There's no reason to wear that at the moment So Alles gweansinn Alles gweansinn Exit 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 Na ja, gut Dann müssen wir halt Dort hinfahren Wo's uns das Spiel Der Spielverlauf Kommt mir so Un Nachvollziehbar vor Das mit A Leute Dass er auf die Die Geddy da überhaupt Dass er dir nachstellt Finde ich Vollkommen sinnfrei Hehehe Machen wir doch gut Die Geddy da Dorn 98 Der Die Geddy da Eich Dorn 98 Dorn 98 Wah Dorn 98 Dorn 98 Dorn 99 Dorn 99 Okay, noch einmal, ich weiß nicht warum wir das da jetzt tun, aber wir tun es, weil, na, hübsch ist es, hübsch ist es, gar keine Frage, aber, von hübsch wird man ganz sicher nicht soart. May I help you? My name is Detective Mosley, I'm here on police business. Really? How interesting. Wait here, I'll inform Miss Getty. Miss Getty will see you, right this way. Miss Getty will be down short. Das ist ja furchtbar. Schaut ja aus wie im billigen Apartment von irgendeiner 80-jährigen Wienerin in Favoriten. Am Schauplatz, schaut auch oft so aus. Und so stellt man sich, ach Gott. So stellen sich die Spiele-Macher als Luxus vor. Was kann ich dir für dich, Detective? Lake Pontchartrain Pontchartrain Can you tell me anything about what happened out at the lake? I wish I could, but I've never seen or heard anything unusual at the lake. And I do spend quite a bit of time out there. What can you tell me about voodoo? Voodoo? Why would you want to know about that detective? It's rather silly, isn't it? There's nothing silly about the voodoo murders. But that voodoo is faked. That's what I've read in the papers. That's what the papers say all right. But you're not convinced. No, frankly I'm not. The police department isn't known for its imagination. Oh, well I can see that your imagination is considerable. Do you have any idea what Cabri Sancao means? No, I don't. What does it mean, Detective? That's confidential information, man. Tell me about yourself. I suppose I don't really have a choice. What do you want to know, Detective? Do you have a career? A career? Being the head of the Getty family is a 24 hour a day job. We have many holdings and many responsibilities. Financial and otherwise. The management of our business affairs and properties leaves me with time for little else. Poor little rich girl. Tell me about your family. The Getty's? We're a very private family. How many people are there in your family? Well, my mother just passed away. Oh, I am sorry. So am I. She was a magnificent woman. We were very close. I was an only child. And your father? I never knew him. It's hard to believe that any man would be a woman like you. Or like your mother must have been. He did not leave, Detective. But that's really none of your concern. I'm sorry. Go on. There are, of course, other Getty's in the city. I have a large extended family. I see. What kind of things interest you? I don't have a lot of free time, but I do appreciate the arts. Opera, symphony, ballet, fine art. If you look around, you'll see that we collect African art, for example. Yes, it's very beautiful. He is, Detective. It means a great deal to me. Do you have a husband, boyfriend? I'm very independent, Detective. The women in my family have always preferred it that way. So, you've never been married? No. And I never will be. What about children? Yes. That is likely. Someday. I'd like to hear just about anything. I have a business degree from Vanderbilt. I wanted to study psychology, but my family's interests came first. Oh? Why not something like law then? Surely that would have been an asset to the family. Law? Please. I do have some morals, Detective. I wouldn't think so, where to start. Oh, ja, ja. Meine Fresse waren die Spiele in den frühen Nights. Man kann ja sagen, das kommt aus den 80ern. Man erkennt sich an die frühen Nights und Stuff. Ähm... War das wirklich alles so fürchterlich? Okay, weiter geht's. Norlands. Sag mir über eure Leben in Norlands. Die Getty-Familie kam in Norlands in 1800. Wir haben sehr hart gearbeitet, wo wir sind. Auf der anderen Seite haben wir viel für diese Gemeinde gemacht. Ich kann dir das glauben. Du machst jetzt viel für mich. Was kannst du mir über St. John's Eve erzählen? Ich glaube, es ist eine Art lokale Freude. Aber ich weiß nicht viel über sie. Hehehe... Was weißt du über Marie Laveau? Was weißt du über Marie Laveau? Ich habe natürlich über sie gehört. Aber das ist es. Was weißt du über die Animal-Masks? Animal-Masks? Ich weiß nicht, was du mir... Was weißt du über die Animal-Masks? Animal-Masks? Ich weiß nicht, was du mir... Wie du möchtest, Detective. Ah, Snakes... So eine bescheuerte Frage. Verkommst du nichts über Snakes? Ich bin kein Experte. Ich schaue sie nicht, wie viele Leute machen. Zuerst flirten oder nachher flirten? Flirten gleich. Hey, Entschuldigung, aber... Deine Augen sind wirklich beeindruckend. Ich glaube nicht, dass ich eine Farbe gesehen habe, wie diese Bräume-Masks? Es ist so tief und riecht. Mann, wenn ich das entgegen würde, würde ich ein Glück machen. Dankeschön, Detective. Das ist eine interessante Beobachtung. Doch es ist wahrscheinlich nicht relevant für deine Beobachtung. Ein guter Detective weiß nicht, was vielleicht relevant ist, Miss Getty. Dann musst du wirklich gewaltig mit deinem Job. Der kumpfeste Oscar Tussi merkt irgendwann, dass der Typ da nur Scheiße hinter der Beobachtung. Unter der Filmsrisule. Du bist in unglaublicher Form, Miss Getty. Deine Beobachtungen sind so stark. Du wirst in einer der Klubs durch die Beobachtung? Ja, Wahnsinn. Na, Detective. Ich genieße die physische Aktivität. Oh, ich auch. Eigentlich habe ich mich an das Schwimmen und moderne Tanz. Ich kann nicht sagen, dass ich viel Übersetzung in der Beobachtung mache. Ah, naja. Es war wert, zu fragen. Unbuckable. Ich denke, dass das lange dauert. Du bist wirklich nicht ein Detektiv, bist du? Wer? Ich bin? Na, ich bin auf diesem Fall, Miss Getty. Ich habe dich in der Beobachtung. Ich dachte, dass du mit der Polizei bist, seitdem du da bist. Aber du weißt nicht, wie ein Polizist. Besonders, ich bin eher sicher, dass der andere Mann gesagt hat, dass sein Name Moseley war. Okay, du hattest mich. Ich bin nicht mit der Polizei. Mein Name ist Gabriel Knight. Und spätestens jetzt hat er einen Rausschmiss und einen Lawsuit. Einen Lawsuit. Im Kreuz. Gott. Vielleicht kannst du mir sagen, dass du hier bist. Nein, ich bin. Ich bin. Und ich dachte, dass du etwas gesehen hast oder gehört hast. Ich liebe dich nicht, Mr. Knight. Okay, okay. Du bist richtig. Ich wollte dich wieder einmal sehen. Du kannst mich überraschen, wenn du willst, aber ich versuche, dass ich das nie gemacht habe. Mr. Knight. Du lacht über deine Identität und hast meine Zeit mit sinnvollen Fragen verbraucht. Wenn es nicht wahrlich flattende, wäre ich wirklich wunderschön. Du bist glücklich, dass ich nicht die reale Polizei kenne. Mhm. Aber wie? Ich denke, du sollst gehen, Mr. Knight. Marley, warte. Wenn du mir nur eine Chance gibst. Ich habe genug Zeit verbraucht. Ich werde Robert dir aussehen lassen. Jetzt ist die Frage, habe ich das jetzt falsch gemacht oder gehört das so? Show Mr. Knight, out, please. I most certainly will. Thank you very much. I had a lovely time. Ah, shit. Und wir fragen das Zauberbuch. Jetzt... Ja, klar. Until sie kickst sie out. Get the artist in Jackson Square to agree to recreate the pattern for you. Visit the Dixieland drugstore to see Madame Chosinot. Ask Grace to research Chosinot. Ja, na ja. Wie gesagt, das Game... Da zählt einem ja eh... ... alles... ...15 Schritte voraus. Bitte. Auf zum Jackson Square. Na ja, das sind, das sind alles eh... ... logische Interkonnektivitäten, die... ... also sowas von überhaupt nicht passen. Ah, ehrlich. So, wo ist da ein Artist? Da war kein Artist bevor. Da ist ein Hotdog, Futze... ... na ja... ... stepp den zu... ... auf mitgebrachtem Parkett. Hey there, nice beat. I dig it. The drummer does not respond. Da. Hey! Oh, komm zurück! Hey! Okay, dem ist was davon geflogen. Unglaublich! Rotter Glück! Und auch von der Technik her... ... man, das... ... nur weil das Bild jetzt nicht auf dem fokussiert ist, kann man... ... man kann... ... man kann sich nur denken, dass ein was davon geflogen ist. Genau sehen tut man es nicht. Weil man... ... wie das Skript ausgelöst ist... ... oder ausgelöst wird, nicht nur genug dabei ist. ... ... ... ... Was hast du jetzt gearbeitet? Einmal mit einem anderen Bildschirm von der Katedral. Einmal. Wie geht's das? Das Leben verletzt. Ich habe nur zwei Tage mehr Arbeit verloren. Diese Bildschirm sind großartig. Ja, sie sind großartig für die Linien, Angeln, Cirkeln. Du weißt, alles geometrische. Es ist ziemlich meticulös, aber ich mag sie frei. Kannst du etwas mit diesen Bildschirm machen? Sie sind großartig für ordentliche Formen und Formen, aber sie helfen mir, Monet zu machen. Das kriegst du einfach so hin? Nein. Ich glaube, das ist so schwer. Hotdog wird sie. Was ist das? Was ist das? Hotdog-Wender. Komm, red mit mir. Was ist das? Was ist das? Ja, ich bin gut. Warum? Weil ich nichts weiß. Und ich bin beschäftigt. Oh. Die Aufbau-Wenden. Du-B-Dog. Sie haben seinen Knopf im Papierback-Novel. Gabriel merkt, dass es nicht eins dieser. Oh. Große Überraschung. Geben wir mal den Stock, den Paperback Novel Stargames, was hoffe ich bin ein Puckstuhl. Warum nicht? Ja, gib ihm den, gib ihm den, den Gift-Sertifikat, den, wofür sind das ein guter Schein? Was würde der kleine Junge tun mit dem? Ziegelkarum. Na ja, wir schieben einfach mal. Warte, jetzt muss ich noch mal schauen. Bleib mal da. So die Hände. Und der Pattern-File auf der Playstation. Ja, hab ich auch nicht. Ja, wie denn? Ich brauche ein wenig mehr Bargeld. Ich muss ein bisschen was aus der Kasse nehmen. Ich darf aber nichts aus meiner eigenen Kasse nehmen. Es ist ja so herrlich. Ich brauche nur 10er da rauszuschneppen. Oh boy, Party-Time. Ja, ja. Ihre beknackten Remarks gehen wir langsam am Sack. Man, was ist mit der, das da arbeitet, den ganzen Tag da rumsitzt? Gabriel checkt die Tür. Nur in der Lage, das Leben, wie wir wissen, hat es deutlich verändert, seit er letztens sah. Ja, ja. Gabriel will nicht das mit ihm nehmen. Was ist mit dem Kühlschrank? Was ist mit dem Buben? Was ist mit dem Essen? Gabriel, schau den Refrigerator bitte. Oh, ich kann es von hier rumsitzen. Ich kann es von hier rumsitzen. Unglaublich. 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 Gabriels' Desk hat die Tür gesammelt, seit er seine letzte Novel geschrieben hat. Ja, 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 ja. Und ich frage mich, wie kann so ein Leben funktionieren? Der Typ hat ein Haus im French Quarter in New Orleans. Er hat Bücher geschrieben. Oder er lebt, er lebt offensichtlich davon, dass er Bücher schreibt, die keiner lest und sitzt trotzdem nicht irgendwo in einer Wohnung. Sondern er hat ein Haus im French Quarter. Und er angestöte. Got a minute, Grace? What's up? Bringt nix. Bringt die gar nix. Leather lamp, painting, balcony, bla 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 bla. Das ist nix da, weil es ist eine Voodoo Art-Piece und die Marlena Getty mag Voodoo Art. So. Gabriel wouldn't dare touch Grace's oil paints. Ein paar Connections haben wir ja. Oil-Paints sind da, Voodoo Kunst ist da für die Getty das Oil-Painting für den Künstler am Jackson Square. Ja, ich muss da vielleicht noch ein bisschen mehr reden mit ihm. Und die Zwischensequenzen dauern so ein Pain-Stacking. Aha. Das dauert alles so ewig. Das Spiel besteht, also Spielzeit ist im Endeffekt mindestens 50% irgendwo warten bis der Cursor wiederkommt. Okay, wir gehen noch mal zum Jackson Square. Das ist so. Wir haben ihn auf einen Blick auf einen Blick auf den Wtalk zu hören. Das zeigt, w Healthcare zu einem gutenねぇ. Wie verlassen wir uns an das bei uns. Das ist so. Das ist so. Das ist so. Das ist so. Dann macht mich ein bisschen, indem ich sicherlich ein Problem und das bei uns. Das ist ein Doobie-Dog, ganz gut. What the f**k? What the flying f**k? Wie kriege ich den da weg? Probieren wir es mit Leeren. Aber das will ich auch nicht sehen. Vielleicht? Das ist ja so lächelig. Ich brauche die blöden Files? Ich brauche was zum Essen oder Geld? Gut. Hier gibt es was zu essen. Keine Ahnung. Das ist ja eine andere Person. Kann ich ihn doch behähen? Ah. Ich kann ihn nicht denken. The boy muss durch die... Probieren wir es bei ihm. Was ist, at the very least, illegal? Wie bringe ich Anto dazu? Ich brauche die blöden... Ich hab nicht die geringste Ahnung. Warum nehmen wir nicht irgendein Stecken und hol das Ding einfach, Vierer? Ich muss noch einmal aufs Polizeihauptgottier, es hilft nix, es hilft nix... Oh, das ist so furchtbar... Ja, Temperature Gauge... Das ist so furchtbar... Oh, das ist das, warum du so furchtbar bist? Wenn du das für dich wusste, was ich brauchst... Ich bin sicher, dass es für eine Frau empfrieren. Du kannst du fragen. Du weißt, wie es so schrecklich ist, dass dein Zeug ist verraten? Ich hatte eine Fotos mit dem Chef, und er wollte mich verraten. Ich sollte dich auf, Nite. Ich glaube, du kannst. Es scheint mir, dass du die Zeit hast, wo du meine Fahrzeuge nicht erwähnt, genau von in front of meine Shop. Ja, nicht mich erinnern. Nur nicht wieder zu tun. Mei, hat der Glück, dass der Polizei... ein Fuzzi da, sein bester Freund und ein ziemlicher Düdel ist? Ich brauche die Fails, Alter! Ich habe das Bild von dir, die von der Polizei-Akademie aus der Polizei-Akademie. Oh, ja. Meine Mutter liebt diesen. Ich kopiere die Marken aus der Läge. Wirklich? Gut für dich. Willst du meine Fotos sehen? Nein. Wir haben unsere eigene Kopie, Nite. Nein. Und dann ist er wieder so gemein. Wo der Best Buddy ist. Das funktioniert nicht so, Ray. Warum nicht? Warum kann ich ihm das nicht zeigen? Gut. Ich habe das Bild von der Polizei-Akademie für mich. Gut. Nur nicht, dass niemand wissen, dass ich es dir gab. Ich würde es nicht zeigen. Ich würde es nicht zeigen. Was ist denn mit ihm, bitte? Ach. Das ist so frustrierend. Brick! Ich habe einen Brick! Schau an mich! Oh, wirklich? Schau an mich! Ich würde es nicht sagen. Ich würde es nicht sagen. Das ist ein Schatzbuch. Das scheint mir nicht zu sein. Aber ich würde es nicht sagen. Kann ich dich fragen. Kann ich dir etwas anderes fragen? Du bist der Schraubiger. Ich sage einen Weg. Ich habe die Fotografie, die du für mich hast. Also hast du gesagt. Hast du einen anderen Schatz für den Buch? Wir nehmen einen anderen Schatz. Was für? Ich glaube nicht, dass wir deine besten Seite bekommen haben. Wirklich? Okay. Ich werde Franks wiederkommen. Franks, komm zurück mit dieser Kamera zurück. Ich brauche meinen Coat auf. Es ist so verdammt heiß in hier. Aber eine Bildung ist eine Bildung. Jetzt was, Herr? Dieser Klown will eine andere Bildung. Du wirst nicht mehr, oder? Nein. Natürlich nicht. Was könnte ich noch noch machen? Bereit? Schrei. Alles noch, Knight? Warte mal kurz, bevor ich meine Haare schaue. Oh Gott, Knight. Mach es schnell. Das ist ja ein paar Deck. Ach Gott, Gültiger. Das ist ja auch Wahnsinn. Und jetzt kann er... Jetzt kann er die Files kopieren. Wahnsinn. Was für ein Rätsel. Schraubbar! Stille! 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 Just want to check this machine here. Oh Gott. Unglaublich. Er hat Kopien von die Sketches. Fantastisch. Und das legen wir wieder zurück, sonst wird's peinlich. Ehh, checkt er wirklich die Hör? Vor allem die sehen das ja. Das ist ein durchsichtiger Spiegel, die haben das ja alles gesehen. Okay, ready. Zumindest die Franks. Dankeschön, lass mich wissen, wann du sie entwickelt hast. Äh, die Fotos, das ist. Ja, sicher. Alles noch, Night? Nein, das ist es. Gut, sehen Sie, Franks. Danke Gott, ich kann das Ding wieder wegnehmen. Verdammt, es ist heiß. Ja, wieso stöhe, sie haben nicht wieder ganz nah. Warum kommt er nicht selber auf die Idee, dass der Thermostat nicht passt, weil er voll Idiot ist? Okay, noch was? Nein, danke, Exit. Da, das dauert Sekunden verfliegen. Ich geh' auf die Straße. Ciao, Baby. Ich geh' auf die Straße. Oh, Mama. Oh, Mama. Oh, kurz ein Flirt mit der Franks einlegen. Entschuldigung, Officer? Ja? So, was ist es wie, eine Polizistin zu sein? Gott, du schützt es hier. Mein Hirn hat melzt. Oh, never mind. Okay, ich geh' zurück zu arbeiten. Ah, das ist unglaublich. Aber gut, mit dem Erfolg, dass wir da jetzt Confidential Material auf eine extrem groteske Art und Weise ausgeschmuggelt haben aus dem Polizei, äh, aus dem Precinct, aus dem Polizei, aus der Polizeistation, ähm, lassen wir es für dieses Mal wieder gut sein. Es war ja von Erfolgen gepflastert, die Investigation, diese Runde. Oh, mein Gott, wer ist für die Story und die Rätselproduktion verantwortlich gewesen? Wahnsinn! Ähm, ich wünsch' Ihnen eine gute Zeit und ich wünsch' Ihnen ein gutes Spiel. Wie immer, zieht euch warm an, denn es ist scheißkalt draußen. Aber das ist super. Bis zum nächsten Mal. Weili, out. Gut. .